Hallo Freunde, was ist eine virtuelle Maschine und wie kann man das allseits beliebte Hacker-Betriebssystem Kali Linux installieren? Das werden wir uns heute im Video angucken und gemeinsam auch in Virtualbox eine eigene virtuelle Maschine installieren. Wenn du zu den entsprechenden Stellen springen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Ich blende hier gerade die Timeline ein, wenn du nur Virtualbox installieren möchtest oder direkt zur Installation von Kali Linux überspringen möchtest, kannst du das gerne machen. Und wenn du neu hier bist, mein Name ist Adem, ich bin seit sieben Jahren IT-Berater. Ich helfe dir Informatiker zu werden, von daher abonniere mich schon mal, um keine Videos mehr zu verpassen. Aber lasst uns mal direkt mit dem Thema loslegen, was denn überhaupt eine virtuelle Maschine ist. Für diejenigen, die noch nie was davon gehört haben und die auch keine Ahnung von der IT haben, hier kommt ein ganz einfaches Beispiel, um das zu verstehen. Stellt euch vor, ihr habt ein magisches Haus. Dieses Haus hat nur drei Räume. Wenn die Räume allerdings voll sind und ihr keinen Platz mehr habt, dann könnt ihr euch einfach mit einem Fingerschnipsen einen weiteren Raum dazu zaubern. Und genauso ist es auch mit virtuellen Maschinen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel ein Laptop. Auf diesem Laptop kann ich nur ein Windows laufen lassen. Was ist aber, wenn ich zwei, drei oder vier Windows-Maschinen brauche? Da müsste ich ja vier solcher Computer kaufen. Das kostet ziemlich viel Geld. Ich brauche ziemlich viel Platz. Die Stromkosten gehen hoch und ihr merkt schon, dass es sehr, sehr viel Aufwand. Es gibt aber eine Möglichkeit, auf diesem Computer weitere Windows-Geräte zu installieren. Und dieses Verfahren nennt man dann virtuelle Maschinen, weil diese Maschinen dann nicht mehr real sind, wie diese Maschine hier, sondern virtuell, also in digitaler Form, auf meinem Computer. Dafür gibt es Programme, die so tun, als wären die ein Computer. Und auf diesen Programmen kann man dann ein Windows installieren. Das klingt verrückt, aber das machen wir jetzt gleich mal gemeinsam. Das Programm VirtualBox ist für Anfänger sehr, sehr gut geeignet. Ich persönlich nutze Proxmox. Das ist eine Virtualisierungsumgebung. Das läuft bei Hetzner auf einem Server. Das geht aber jetzt viel zu tief. Das möchte ich gar nicht. Wir springen jetzt mal direkt auf meinen Laptop und gucken uns an, wie man VirtualBox installiert. So, ich habe heute Morgen ein frisches Windows hier drauf installiert. Das heißt, es ist nichts drauf konfiguriert. Wir werden jetzt alle Schritte gemeinsam durchgehen. Und als erstes gehen wir jetzt auf google.de und suchen nach VirtualBox. VirtualBox.org, das ist die Website von VirtualBox. Und der Download-Button ist nicht zu verfehlen. Der ist riesig. Da klicken wir einmal drauf. Und da wir hier auf Windows unterwegs sind, klicke ich jetzt mal auf Windows Host, um das Programm herunterzuladen. So, das ging ziemlich fix. Und ich kann jetzt unter Downloads die Installation starten. Oder ich kann hier auch einmal auf meinen Computer gehen. Unter Downloads finde ich die Installation von VirtualBox. Ein Doppelklick drauf. Startet die Installation. Ich habe die Installation gestartet und wir klicken jetzt mal direkt auf Weiter. Und lassen das Ganze hier auf den Standardeinstellungen. Hier kommt eine Warnung, weil neue Netzwerkschnittstellen hinzugefügt werden. Was ist eine Netzwerkschnittstelle? Das ist dieser Port-Eingang, den sollte jeder von euch kennen. Das hat jeder von euch schon mal gesehen. Das ist ein sogenannter RJ45-Eingang. Da kommt einfach ein Internetkabel rein. Und da man aber schlecht ein Internetkabel direkt an ein Programm anschließen kann, welches auf meinem Rechner installiert ist, gibt es auch virtuelle Netzwerkkarten. Und das ist hier die Warnung, dass das hier installiert wird. Da klicken wir auf Ja. Und hier klicken wir auch auf Ja, weil hier weitere Programme fehlen, die wir brauchen, damit VirtualBox funktionieren kann. Und klicken auf Installieren. So, die Installation ist jetzt durch. Ich lasse den Haken hier drin. Klicke auf Herzustellen, damit VirtualBox direkt gestartet werden kann. So sieht also VirtualBox aus, wenn es frisch installiert ist. Wir sehen auch keine virtuellen Maschinen, wir müssen auch virtuellen Maschinen erstellen. Doch bevor wir das machen können, müssen wir uns jetzt Kali Linux herunterladen. Dafür gehen wir nochmal in den Browser. Ich gehe dann nochmal auf google.de und suche hier nach Kali Linux. Kali.org ist die richtige Webseite. Und da gehen wir jetzt mal drauf, klicken auf Download. So, hier haben wir zwei Möglichkeiten, Kali Linux herunterzuladen. Die erste Möglichkeit wäre ein Installer-Image. Das heißt, das ist eine ISO-Datei. Also der Inhalt einer CD wurde dann in eine Datei gepackt. Da wir hier keine CD-Eingänge mehr haben, das tut zum Beispiel schon lange nicht mehr. Man nutzt ISO-Dateien. Hier können wir das Betriebssystem als eine ISO-Datei herunterladen. Oder wir können vorgefertigte virtuellen Maschinen herunterladen. Der Vorteil wäre dann, dass wir nicht mehr hingehen müssen und etwas konfigurieren müssen. Oder die virtuelle Maschine installieren müssen. Das heißt, wir sparen uns die Zeit, eine neue virtuelle Maschine zu konfigurieren. Und wir sparen uns die Zeit, das Betriebssystem zu installieren. Da wir aber richtige Informatiker sind und vor allem dazulernen wollen, gehen wir jetzt auf die linke Seite und laden uns ein Installer-Image runter. Die 64-Bit-Variante ist okay. Hier gibt es vier Möglichkeiten, Kali-Linux zu installieren. Lasst uns die mal kurz durchgehen. Der Installer, das ist das, was wir brauchen. Das ist Kali-Linux an sich. Also das Betriebssystem in ISO-Form. Das heißt, eine CD, die in eine Datei übertragen wurde. Das müssen wir herunterladen. Die Weekly-Version ist eine Version, in der jede Woche neue Funktionen reinkommen. Also wenn man sagt, ich will immer unbedingt die neuesten Funktionen haben, dann wählt man diese Version aus. Der Nachteil daran, nicht alle Funktionen sind getestet. Das heißt, es können auch Fehler auftreten. Der Net-Installer ist eine kleinere Version von dem großen Installer. Hier können wir sehen, der große Installer hat 3,8 GB. Der Net-Installer hingegen 492 MB. Das ist deutlich kleiner. Der Grund dafür ist, dass der Großteil der Daten, die man braucht, um das Betriebssystem zu installieren, während der Installation heruntergeladen werden kann. In meinem Fall wäre das egal, weil ich jetzt eh zu Hause bin und über das WLAN verbunden bin. Ich könnte die obere Version herunterladen, den Installer. Dann hätte ich das ganze Betriebssystem auf einmal. Oder ich lade jetzt erst den Bruchteil davon runter, sodass die Installation gestartet werden kann. Und während der Installation werden dann die nötigen Dateien heruntergeladen. Darauf möchte ich jetzt verzichten. Und dann gibt es noch eine Everything-Funktion. Das heißt, hier ist wirklich alles drin. Wirklich alles, was man braucht, um das Betriebssystem benutzen zu können. Klar, hier haben wir zwar die Vollversion, die man offline installieren kann ohne Internetzugang. Aber hier gibt es potenziell die Möglichkeit, später einen Internetzugang zu bekommen. Es gibt aber sogenannte R-Gibt-Umgebungen. Das heißt, das sind Umgebungen, die niemals Zugang ins Internet haben werden. Beim ersten Mal hören macht das vielleicht keinen Sinn. Aber es gibt im Unternehmen Netzwerkbereiche oder Abteilungen, die eine hohe Sicherheit verlangen. Und wo auch Geräte wie zum Beispiel Roboter laufen oder Industriemaschinen laufen, die keinen Internetzugang brauchen. Die brauchen nur in der Abteilung selber, vielleicht in der Produktionshalle, eine Verbindung zueinander, aber niemals Internetverbindung. Und dafür ist halt diese Version gedacht. Wir laden uns jetzt aber den Installer herunter. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil das 3,8 GB sind. Acht Minuten später ist es soweit. Kali Linux wurde erfolgreich heruntergeladen. Und wir können jetzt in unsere VirtualBox gehen und eine neue virtuelle Maschine erstellen. Wir nennen die virtuelle Maschine mal Kali Linux. Und können dann direkt sehen, dass VirtualBox so schlau ist, dass es als Typ direkt an Linux und die richtige Version ausgewählt hat. Als zweites, das ist der Ort, an dem unsere virtuelle Maschine erstellt und installiert wird. Das können wir gerne so lassen, wie es ist. Und wir müssen hier die ISO-Datei auswählen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal auf Ändern, auf Downloads. Und dort werden wir unser Kali Linux sehen. Ein Doppelklick drauf, dann ist es hier drin. Wir klicken auf Vorwärts und können jetzt die Hardware anstellen. 2 GB RAM sollten eigentlich ausreichend sein. Den Prozessor hebe ich jetzt mal auf 2 an. Das ist jetzt nur für die Installation. Nach der Installation gehe ich wieder runter auf 1 CPU. Das sollte ausreichen. Ich habe es allerdings jetzt so eingestellt, damit die Installation auch schneller vorangeht. Wir klicken auf Vorwärts und werden jetzt eine virtuelle Festplatte erstellen. Das heißt, jedes Gerät an sich hat ja eine Festplatte, auf dem hier zum Beispiel Windows installiert ist, auf dem die Programme installiert sind, die Spiele installiert sind, was auch immer. Und da wir jetzt eine virtuelle Maschine haben, brauchen wir entsprechend eine virtuelle Festplatte. Und ich lege die hier mal auf 25 GB, die sind eigentlich standardmäßig. Ich klicke hier noch auf volle Größe erzeugen. Wenn man das nicht klickt, dann wird die Festplatte erst klein erzeugt. Also das sind nur ein paar MB oder Gigabyte. Und erst wenn das Betriebssystem sagt, ich brauche jetzt mehr Speicherplatz, wird ihm auch mehr Speicherplatz gegeben, bis zu maximal 25 GB. Das kann aber dafür sorgen, dass die virtuelle Maschine ein bisschen langsamer arbeitet. Deswegen klicke ich jetzt auf volle Größe erzeugen und dann nochmal auf Vorwärts. Das ist auch schon unsere Übersicht, also die Zusammenfassung, was wir alles eingerichtet haben. Die Maschine heißt Kali Linux, wo das Ganze installiert wird, welche ISO-Datei wir ausgewählt haben, was wir als Hardware ausgewählt haben, wie groß die Festplatte ist. Wir klicken jetzt auf Fertigstellen, dann soll es nochmal ein paar Sekunden, bis die virtuelle Maschine fertig ist. Die virtuelle Maschine wurde erfolgreich angelegt. Ich klicke jetzt direkt auf Starten, damit die virtuelle Maschine hochgefahren wird und wir endlich Kali Linux installieren können. So, hier sehen wir auch schon das erste Fenster der Installation. Wir wählen jetzt die grafische Installation aus, also ich klicke einfach nur auf Enter. Und damit wir das Fenster ein bisschen größer ziehen können, weil es ist ziemlich klein, ich ziehe das mal hier ein bisschen größer, gehe auf Anzeige und klicke auf Scaletta Modus. Jetzt auf Einschalten klicken und dann kann man das Fenster so wie man will größer, kleiner ziehen. Und die Auflösung geht dann mit. Als Sprache wählen wir natürlich Deutsch aus. Wir sind in Deutschland und haben auch eine deutsche Tastatur. Und jetzt geht die Installation langsam los. Nun werden wir gefragt, wie wir den Rechner nennen wollen. Kali wird vorgeschlagen, das lassen wir jetzt auch. Wir klicken auf Weiter, einen Domain-Namen brauchen wir nicht. Hier will er unseren vollständigen Namen haben. Ich trage jetzt mal Max Mustermann ein. Der Benutzername für mein Konto, der soll einfach nur Max sein, damit es so kurz wie möglich ist. Und hier tragen wir das Passwort für den Benutzer Max ein. Jetzt kommen wir zu dem Part, wo wir die Festplatten partitionieren müssen. Also die virtuellen Festplatten werden jetzt erkannt. Und wir müssen eben sagen, nehmen wir bitte diese Festplatte, um Kali Linux da drauf zu installieren. So, da sind wir auch schon. Und ich wähle die erste Option aus. Man hätte die Möglichkeit, auch eine verschlüsselte Festplatte hier einzurichten. Ich lasse das Ganze aber auf den Standardeinstellungen und klicke auf Weiter. Das ist die Festplatte, die erkannt wurde. Wir können auf Weiter klicken. Alle Dateien können von mir aus gerne auf dieselbe Partition geschrieben werden. Und hier beenden wir die Partitionierung, übernehmen die Einstellungen und sagen nochmal, Änderungen auf die Festplatte speichern. Weil es kann ja gut sein, dass ihr das Ganze auf einem Laptop installiert und ihr vielleicht vergessen habt, dass auf der Festplatte noch Daten drauf sind. Und hier werdet ihr nochmal sicherheitshalber gefragt, seid ihr euch sicher, ob ihr das Ganze installieren wollt? Und ich klicke hier auf Ja, weil ich ja weiß, dass die Festplatte leer ist. Und als nächstes müsst ihr die Installation von Kali Linux automatisch starten. Und da können wir es auch schon sehen, Kali Linux wird endlich installiert. Eine Auswahloption kam noch hier und zwar haben wir die Möglichkeit, die Desktop-Umgebung auszuwählen. Das kennen wir gar nicht von Windows, weil Windows gibt halt eine Umgebung vor. Hier haben wir unten die Startleiste, rechts unten die Uhr. Hier haben wir das Menü und wir haben Desktop-Symbole. So, wir können das so ein bisschen modifizieren, aber es gibt halt grundlegend keine andere Option, eine andere grafische Oberfläche zu installieren. Bei Linux ist das anders. Es gibt zum Beispiel XFCE, GNOME, KDE, zwischen denen hier wir auswählen können. Und das sind auch unterschiedliche Oberflächen. Ich lasse jetzt aber die Standard-Vision und klicke wieder auf Weiter. Als nächstes werden die Programme installiert, die wir auf Kali Linux brauchen, mit denen wir arbeiten werden und hacken können. So, hier kommt noch eine Frage zu dem Grub-Bootloader. Um das zu erklären, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Das ist das einzige Betriebssystem, das einzige Linux-Betriebssystem, was wir hier installieren auf dieser virtuellen Maschine. Deswegen können wir auf Ja gehen und auf Weiter und sagen, ja, das Gerät für den Bootloader ist unsere Festplatte. Das ist die virtuelle Festplatte, die wir vorhin erstellt haben. Klicken auf Weiter und wundert euch nicht, dass mein Mikrofon ein bisschen näher ist. Vielleicht ist die Audi-Qualität jetzt auch ein bisschen besser. Ich habe gerade einen Mikrofon-Arm geliefert bekommen und habe es direkt für euch eingerichtet. Die Installation ist jetzt abgeschlossen. Damit ist Kali Linux bereit. Doch bevor wir auf Weiter klicken, um Kali Linux zu starten bzw. die virtuelle Maschine neu zu starten, gehen wir jetzt nochmal auf die virtuelle Maschine, auf Ändern, auf die Einstellungen und nehmen dort einmal die ISO-Datei raus, wollte ich sagen. Die ISO-Datei wurde aber schon automatisch entfernt. Wenn wir das nicht machen würden, dann würde Kali Linux bzw. die virtuelle Maschine jetzt beim Neustart nochmal von der ISO-Datei laden und nochmal versuchen, Kali Linux zu installieren. Das wollten wir verhindern. Und im besten Fall läuft es halt so, wie wir es gerade schon gesehen haben. Und zwar wird die ISO-Datei automatisch schon entfernt. Kali Linux, so sieht das Ganze aus, wenn wir es starten. Das ist das schöne Logo von Kali Linux, was wir hier sehen können oder gerade gesehen haben. Und wir können uns jetzt anmelden, mit welchem Username, ach ja, das war Max, genau, Max war mein Benutzername. Und Kali Linux wurde erfolgreich installiert. Das hier ist Kali Linux, liebe Leute. Ihr könnt euch schon mal die Umgebung angucken, euch daran gewöhnen. Und ihr könnt ja links oben zum Beispiel aufs Menü gehen und die verschiedenen Programme euch angucken, mit denen man hacken kann. Und wenn es euch interessiert, wie das Ganze funktioniert, wie man hacken kann, indem man die ganzen Programme hier verwendet, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und das wäre jetzt so ein Beispiel, wie man eine virtuelle Maschine und Kali Linux darauf installieren kann. Ich in meinem Beruf als IT-Consultant, ich habe mehrere virtuelle Maschinen anlaufen. Ich glaube, ich habe gerade zehn virtuelle Maschinen, die 24-7 laufen, die ich über eine IP-Adresse erreichen kann und mit denen arbeiten kann. Auf denen arbeite ich halt, auf denen stelle ich Kundenumgebung nach und ich führe auch Demonstrationen für Kunden auf denen aus. Und wenn ihr einen kleinen Anblick über meine Proxmos-Installation haben wollt, dann klickt mal gerne auf dieses Video hier. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like und einen Kommentar da. Ansonsten, wie immer, bleibt gesund und nett zueinander und ciao.